Lange marschieren sie einfach schweigend hintereinander her. Kann ich euch was fragen? Klar. Nur bitte nicht so laut. Wir wollen niemanden unnötig auf uns aufmerksam machen, weißt du? Und die Tiere auch nicht. Oh, äh, klar. Ähm, können wir nicht näher am Wasser laufen? Von hier aus sehen wir den Fluss doch gar nicht. Wie als Antwort auf die Frage hört Marie ein lautes Platschen, gefolgt von einem kräftigen Körn. Was war das? Fluss abwärts brütet Philipp nachdenklich über seinen Notizen. Lust auf mehr? Dann hör dir jetzt die ganze Folge auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube an.